Freunde, mein Handy ist, also falls ich gerade eingeschaltet habe, mein Handy ist gerade futsch gegangen. Ähm, ich denke, es ist nichts Schlimmes, aber irgendwie geht mein Homebutton nicht mehr. Beziehungsweise ist es ja beim iPhone X kein Homebutton, sondern dieses Ding, was man hochziehen kann. Mega weird, I don't know. Ah, yo, Schwiegerpapperplatte, danke für die 4, buddy. Das Video heißt, when your name is Kyle. Ah! Ah! Body blows in front of the Sequoia tree. 4.20 p.m. 4.0. Your bitch called. Who wants seconds? Der arme Teller, Junge. Order to go, please. Bruder, was ist mit dir? What the fuck? What the fuck? Ah! Fuck you. Fuck you, Dad. Oh shit, oh shit. Fuck you, ref. You're taking away my Game Boy. You're fucking pissing me off. Who the H-E-double fuck are you? I'm Kyle. Who the W-T fucking shit is you, you fucking douche? I'm Kyle. You're Kyle? Yeah. Prove it. All right. Fuck you, Dad. This is a video, Junge. My turn, bitch. Here it comes, bitch. Bruder, der hat übelstes Monte-Outfit an hier, der hier. Boah, ich wette ein Szener, dass Monte früher so Picaldi-Hosen getragen hat. Ey, safe. Boah, wie ich diese Hosen hasse, Alter. Boah, mit diesen Schuhen, Digga. Diese Schuhe hatte jeder bei uns. Oh, scheiße, Bruder, wie kalt die Hosen, ey. Grauenhaft. Wie hieß das Video mit Thanks, man? Hab so ein Oven von seinem Lied. Danke, Poros, und hab einen schönen Stream. Ach so, du meinst Benfresh, Junge. Na, Freunde, komm. Zum Abschluss, wa? Lieber zu viel Benfresh als zu wenig Benfresh. Jo, 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 was geht? Benfresh wieder am Start, Alter. Leute, was geht? Das sind meine Fans, zeig mal. Einfach niemand. Yo, Leute. Ich hab keine Zeit, Digga. Guck mal kurz her, guck mal kurz her. I just wanna rolly rolly, guck mal hier, das ist mein Mann, das ist mein Mann. Jo, Klausi, was geht da, buddy? Mit ihm hab ich fast 300.000 Klicks. Verstehst du? Nochmal dein Reverse auf ruhig. Pah, pah. Verstehst du, was ich meine? Auf ruhig. Komm noch einmal. Du hast den Junge, ich schwöre. Damit die Leute wissen. Okay. I just wanna rolly rolly. Nochmal mal. Ich sing und du machst. I just wanna rolly 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 in the Kamerack. I just want my ice in the Kamerack. I just want my ice in the Kamerack. Aber hier, Alter, Junge, hier wächst einfach so eine Quadrette. Was mach ich denn dagegen? Ich fühl mich irgendwie ein bisschen weird gerade, weil jemand, der irgendwie achtmal durch seinen Führerschein geflogen ist, ist einfach 1000 Elo-Punkte über mir in Overwatch. Und das find ich ein bisschen sad, actually. Ey, ich bin bei dir auf dem TS, Digga, aber ich glaub, da hat niemand Bock auf mich. Warst du in irgendwelchen Public Channels oder was? Ja, ne, ich wurde erst mal direkt als Bastard beleidigt, als ich reingekommen bin. Aber das ist kein Problem, stimmt ja. Zurecht, zurecht. Absolut. Ja, Bruder, sag wie du heißt, dann zieh ich dich fix. Yo, buddy, grüß dich. Aber skid up, man. Digga, auf jeden Fall, korrekt ihr Leute hier auf dem TS. Ey, wurdest du angestupst oder was? Ja, Mann, aber Digga, ich hab mich auf jeden Fall gefreut über die Beleidigung. Nice, nice. Die haben wir noch, also wir sind ja irgendwie zu viel, sind das Homies von dir? Das sind meine Homies, genau. Freunde, ich sag's euch mal so, Alter, ich bin der most-waxed Roadhog und der most-waxed McCree. Digga, wir haben's grad schon gesehen. Du bist extrem gut. Hm. Ne, wirklich. Wird schon, wird schon. Äh, kann ich go, Mann? Ist ihr ready? Oh ja, easy. Mach go. Aber Overwatch hab ich schon bei dir gesehen im Chat. Das ist das meistgefragteste Game, oder? Ja, die Leute können's immer gar nicht abwarten, Digga. Weißt du, ich zock so selten, Leute freuen sich immer richtig drauf. Also, stellen sich schon so einen Timer und machen so im Kalender so Termine und so. Aber ich find's auch krass, die Leute bei dir im Chat, die sind ja schon auch extrem auf diesem Emote-Game hängen geblieben, oder? Oh, auf jeden, auf jeden. Digga, bei wem rauscht's denn hier grad so rein? Ja, ich hab grad schon geändert. Inski, du gibst uns auch ein krasses Schmatz-Ese-Magen grade, find ich sehr, sehr geil. Okay, sorry, Digga, tut mir sehr leid. Ist mein Mic zu laut, oder was? Alles cool, Digga. Niko, erzähl mal von der Nüsse. Also, Niko ist da. Digga, ich esse kein Nüsse, ich esse grad Reis. Ach so, stimmt. Machst du noch Diät, Bruder? Mhm, aber ich bin grad am Laden. Was heißt das? Das bedeutet, ich hab jetzt ne längere Zeit wenig Kohlenhydrate gegessen. Und jetzt baller ich mir den Reis rein, damit ich absolut Satisfied bin. Arbeitest du mit Callouts, Digga? Ja, schon, klar. Okay. Call it out, Morfogger. Alright. Rechts oben ist, äh, rechts, rechts oben ist, äh, rechts. Rechts oben ist, äh, rechts oben ist. Rechts oben ist Hock. Wir sind so ein bisschen... Ich hab rein die fette Sau. Ja, komm, rein, 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 rein. Ist fast down. Schöner Beat, schöner Beat, schöner Beat. Nice, das heißt. POG W. POG W. Miko, shut up. Beat, 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 beat. Auf die May, auf die May, boys. Oh, Junge. Lösch dich mit deiner Wand. Man kennt's das gut, Alter. POG W. Lost. Zum Unable. Nein, doch nicht. POG W, Bruder. Nice, man. Ey, Digga. Ich spiel' gerade komplett POG U, Mann. Einlad hab' ich. Ey, Digga. Los, los, los. Los, los. Schön. Nice. Lucio, 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 Lucio. Auf'n Punkt. Lucio, Lucio. Ist immer wichtig, dass man alles dreifach callt. Ja, das ist das allerwichtigste PO-Wort. Und immer alles ist one. Das ist auch wichtig. Alter, Jungs, Mann. POG U, Mann. Ey, ey. Ey, ey. Die May, die May, die May. May, May, one more. Nice, Jungs. Nice. POG U, Alter. Ich halt dich, ich halt dich, ich halt dich. 300 ist eins, 300 ist eins. 300 eins. Ach, okay. Speed. Lucio eins. Alter, Monk heißt, Mann. Ey, richtig schön, Jungs. Good Job. Ey. Boah. Kannst du mir das mit dem Begriff ein bisschen beibringen? Also mich interessiert es wirklich. Also, is for real? Also, ich weiß nicht, hast du diese Add-ons für Google Chrome, Bro? Nein, hat der nicht. Hab ich mir auch schon zehnmal gesagt. Oh, lost. Er hat es nicht. Also, Digi, lad dir mal nachher nach der Runde Better Twitch TV und Franker Face D runter. Okay. Dann siehst du diese Emotes überhaupt. Ach so, das heißt, wenn ich das jetzt in den Chat eingebe, dann kommt der Emote. Ja, ja. Ach so. Hab ich dir schon mehrmals erzählt? Digga, Mann. Derzeit gehen wir so vor, dass ich ihm die Google-Bilder zeige von den Emotes, damit er versteht, was sie überhaupt bedeuten. Oooooooh. Ja ne, ich kenn das jetzt nicht. Bei Monka S kommt der Frosch. Bei Monka W kommt der Frosch reingezoomt. Ja genau, ja. Und bei Monka Sheik kommt der Frosch wie er weint, oder? Ich glaube Monka Sheik wackelt aber. P-P-Hands. Ja, P-P-Hands, heißt das Emote? P-P-Hands. P-P-Ega oder so? P-P-Ega meinst du? P-P-Ega. Ja das is das Autismes-E-Mote. Und Lull ist ja das neue Lol oder? Ja, im Grunde, aber Lull ist auch schon wieder zu Norm, das benutzt auch schon wieder keiner. Reiner zieht durch, doch nicht, fuck, ich bin kacke. Also Lull W ist das Beste, das ist Lull rangezoomt quasi. Aber krass. Dieses ASMR von MegaWay. Dein Chat besteht echt nur aus diesen Emotes. Ja, Digga, ist auch übelst nice, weil dadurch ist der Chat halt auch richtig schnell und das ist irgendwie nice, I don't know. Ja, ist echt nice, aber was ist der Unterschied zwischen Lull und Lull W? Lull W ist quasi rangezoomt und das ist so, das Ding ist halt, weißt du, dieses Emote Game ist immer so, so ein bisschen wie so Klamotten, weißt du, so irgendwann, so am Anfang war ja Off-White so cool, so dann tragen aber alle Normies, so die ganzen normalen Leute so, diese ganzen Hypeies Leute auf Instagram. Du redest den Chat, gell? Gruppenchat. Oh, ich? Ja, aber das ist auch gut, dass die das mitbekommen. True. Die wissen es ja auch nicht. Ja genau, das W steht für White, also halt. Rotter 1? Nice, huge. Huge Anti. Nice, Digga, nice, nice, nice. Es gibt auch noch Clap, weißt du, so ein Klatsch in der Skippy Mode. Easy Clap. Ja, ja, okay, ja, kennst du, easy. Das ist mein Lieblingswort. Das ist halt wirklich so, das ist echt dein Lieblingswort. Ähm, Dinger, wir müssen ein bisschen mehr zusammenspielen, Digga. Wenn ich pulle, dann musst du hooken, okay? Naja, bisschen schwierig, Bruder. Komm, top, komm, top. Nee, das ist nicht schwierig, das ist ganz einfach. Also meinst du, wenn du die so zusammenziehst? Genau, wenn du siehst, dass der Streifen langgezogen wird, dann hookst du einfach rein. Ja. Komm, lass es kurz ausprobieren. Ja, mach. Da oben ist Diva, let's go. Jetzt. Nice, nice, nice. Sehr, genau so. Ja, gut, Diva war jetzt nicht der beste Hook, aber. Nee, ja, Pog, alter. Pog U. Pog U, Bruder. Easy Clap. Easy Clap, dude. Und was ist Poggy und Pogos? Okay, also Pogos verwendest du einfach grundsätzlich gar nicht, außer du bist Ninja oder Fortnite-Zuschauer. Okay. Das ist so halt wie Monka W, so von, also auch dieser Pepe-Frosch. Also das heißt etwas härter, Pog. Ja, nee, nicht ganz. Pogos ist so ein Normie-Emote. Also Normie ist jemand, der so... Mach dein Schild. Wie soll ich es beschreiben? Ich pull gleich, ich pull gleich. Komm her. Okay, okay, ja, I'm ready. Mach das Schild, Pog U. Ja, ja, I'm ready. Hab ihn. Ist da unten. Nice, Digger. Pog U. Lass uns Brigitte nehmen. It's low, it's low. Kili, 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 kili. Nice, 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 nice. Nice, schön, 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 schön. Ich hab die... Nevermind. Der McCree, McCree. Diva ist rechts oben. Ich pull die Meuer. Oh, Bruder, ich bin gehackt, Alter. Ich heilig, heilig, heil. Hier, Diva, Diva, Omega Lost. Omega Lost? Hier, rein, rein, rein. Ja, aufs Wort rein. Hat Ulti gemacht? Ja, Poggi, Poggi. Schön, schön, schön. Ja, Poggi ist ziemlich cool. Also Pog ist ja einfach nur der Mund vom PogChamp. Und Poggi ist quasi der Mund vom PogChamp noch mit Augen dran. Digi, warte mal. Du läst jetzt einfach mal fucking Better Twitch TV und Franker Face 7 runter. Das dauert drei Sekunden. Benutzt du Google Chrome oder bist du so ein Verwirrter, der Internet Explorer verwendet? Ja, ich benutze den Windows Explorer. Achso. Oh mein Gott, ich glaube, ich sehe es. Warte, ich probiere es selber einzugeben. Oh mein Gott, es funktioniert. Mindblown einfach. Ja genau, guck mal, da siehst du halt Monkawil. Das ist so sinnfrei, aber ist so witzig. Bruder, das Ding ist halt, irgendwann kommt dieser weirde Moment, wo du es halt wirklich einfach in deinen fucking normalen Sprachgebrauch einbaust. Das ist doch kein weirder Moment, die bin cool. Stell dir mal vor, du bist auf ein Date mit der TUS. Und die, keine Ahnung, die sagst du, hast du noch Bock zu mir zu gehen? Und dann sagst du einfach, ja, wir brauchen Pog U. Alter, unnötigstes Field ever. Die haben's, der will. War bei Pito, komm noch her, viel zu weit. Haben's eins? Schön. Schön. Nice. Hast du gerade deine eigene Ult gelobt? Ähm, vielleicht, ja, vielleicht. Möchte ich nicht drüber reden. Weißt du, man muss auch mal seine eigenen Sachen loben, Alter. So ein bisschen für das Selbstwertgefühl. Ciao, ciao. Easy, Jungs, macht's gut, man hat Glück. Haut rein, wir hören uns. Ciao, ciao. Peace, peace.